Hallo liebe Zuschauer, darf ich vorstellen, das ist der Autostreichler. Der Autostreichler ist ein hilfreiches Aggregat und unterstützt dich bei deinen Tieren. Schau mal wie beruhigend es sich dreht. Würdest du dich nicht auch gern davon streicheln lassen? Aber Spaß beiseite, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du am schnellsten an den Autostreichler kommst, falls du dich für das Gemeinschaftszentrum entschieden hast. Ansonsten könntest du diesen ja einfach im Joja-Markt kaufen. Zunächst möchte ich dir aber kurz darstellen, wozu du den Autostreichler überhaupt brauchst und wieso dieser sinnvoll sein kann. Die Tiere im Spiel müssen gestreichelt werden. Wenn sie nicht gestreichelt werden, verlieren die Tiere Freundschaftspunkte. Und zwar so, dass das Tier nach ca. 12-20 Tagen ein halbes Herz weniger hat. Je mehr Herzen das Tier hatte, desto länger wird es auch dauern, bis es die Herzen verliert. Deswegen auch die relativ große Spanne von 12-20 Tagen. 20 Tage bei einer vollen Anzahl an Herzen und 12 Tage bei nur einem Herz. Außerdem wird die Stimmung des Tieres anders ausfallen, abhängig davon, ob es gestreichelt worden ist oder nicht. Es beeinflusst also die Freundschaft und die Stimmung. Und nun? Nun, davon hängt ab, ob zum Beispiel eine Kuh große Milch oder kleine Milch produziert. Weiterhin hängt davon ab, welche Qualität die Milch haben wird. Im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, dass durch den direkten Verkauf der Milch bzw. der Tierprodukte oder deren verarbeitete Variante weniger Einnahmen möglich sind. Wir schauen uns das kurz am Beispiel einer Kuh an. Eine Kuh kann kleine oder große Milch produzieren. Die kleine Milch kostet in normaler Qualität 125 Gold und in Iridiumqualität 250 Gold. Die große Milch kann in normaler Qualität für 190 Gold und in Iridiumqualität für 380 Gold verkauft werden. Das ist schon mal ein Unterschied von 65 Gold bei normaler Qualität und ganze 130 Gold in Iridiumqualität zwischen kleiner und großer Milch. Sollte die Milch zur Käse weiterverarbeitet werden, so wird die kleine Milch immer zur Käse normaler Qualität und die große Milch zum Käse goldener Qualität. Die Qualität der Milch selbst spielt hierbei leider keine Rolle. Der Unterschied hier beträgt 100 Gold, also 200 Gold Verkaufspreis für normale Qualität und 300 Gold für goldene Qualität. Es macht also schon Sinn das Freundschaftslevel hoch zu halten und dabei kann der Outdoor-Streichler dich wunderbar unterstützen. Zum einen beschleunigt dieser den Aufbau des Freundschaftslevels und zum anderen lässt er diese nicht sinken, sobald ein Tier die 5 Herzen erreicht hat. Das spart dir einiges an Zeit, denn du musst die Tiere danach nie wieder streicheln. Und wenn du so viele Tiere hast wie ich, oder sogar noch mehr, dann kostet es einiges an Zeit, alle Tiere zu streicheln. Nun komme ich endlich zum interessanten Teil. Wo bekomme ich den Outdoor-Streichler her, wenn ich mich für die Route des Gemeinschaftszentrums entschieden habe? Da dieser nicht mehr im Julia-Markt gekauft werden kann, ist man darauf angewiesen, den Outdoor-Streichler in den Minen zu suchen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Er kann als Monsterbeute oder als spezielle Beute gefunden werden. Die meiner Meinung nach beste Möglichkeit ist es aber, die Schatzräume in der Schälhöhle zu suchen. Dort besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1,25, den Outdoor-Streichler in einer Giste zu finden. Wie findet man nun diese Schatzräume, fragst du dich dann bestimmt. Nun, das ist eigentlich ziemlich einfach. Diese können ab der 10. Ebene zufällig erscheinen. Der Zufall kann aber zum Glück beeinflusst werden, und zwar mit Glück. Ich weiß zwar nicht, wie genau die Wahrscheinlichkeit durch das Glück beeinflusst wird, aber es macht definitiv einen Unterschied. Um das Glück möglichst hoch zu halten, brauchen wir folgendes. Den bestmöglichen täglichen Glücksfaktor, das besondere Amulett, zwei Ringe mit Glück, ein Gericht mit Glück und Ginger Ale. Den täglichen Glücksfaktor erfährst du aus dem Fernseher. Wenn der Satz, die Geister sind heute sehr glücklich, zu sehen ist, dann hast du den besten täglichen Glücksfaktor. Das besondere Amulett bekommst du von dem Fahrer des Julia-Marktes, wenn du ihm eine Hasenpfote vorbeibringst. Das funktioniert übrigens auch, nachdem der Julia-Markt zum Kino ausgebaut worden ist. Die zwei Ringe können einfach zwei Glücksringe oder am besten zwei kombinierte Ringe sein. So hast du außer dem Glücksbonus auch einen anderen nützlichen Effekt. Ich habe zum Beispiel das Iridiumband und den Glücksring kombiniert für meinen zweiten Ring. Hier kannst du nach Belieben kombinieren, Hauptsache du kombinierst mit einem Glücksring. Wenn du dir nun zwei Ringe besorgt hast, bleibt nur noch das richtige Gericht zu kochen. Bei den Gerichten gibt es mehrere Möglichkeiten. Das beste Gericht ist die Glücksmahlzeit und bringt dir plus drei Glück. Die Kürbissuppe bringt dir plus zwei Glück und kommt somit an zweiter Stelle. Für die Glücksmahlzeit brauchst du eine Siegurke, ein Tortilla und eine blaue Jazz. Die Kürbissuppe braucht einen Kürbis und eine Milch. Wenn du beim Kochen noch die Kürbis im Inventar hast, wird das Gericht in goldener Qualität zubereitet und bekommt ein Glück mehr. Das heißt die Glücksmahlzeit gibt dann plus vier Glück. Die Kürbissuppe entsprechend plus drei Glück. Um das Ginger Ale zu kochen, brauchst du drei Ingwer und einmal Zucker. Ingwer kannst du auf der Insel abbauen und Zucker kannst du bei Pierre erwerben bzw. auch selber herstellen. Ginger Ale bringt plus ein Glück bzw. plus zwei Glück mit Keywürze. Wenn ich jetzt alle Glücksfaktoren zusammenzähle, komme ich auf plus acht Glück durch die Gerichte und die Ringe. Das tägliche Glück und das besondere Amulett werden anders gezählt. Hier ist nur wichtig, dass die Wahrsager im Fernsehen die beste Option zeigen. Theoretisch gibt es noch die Möglichkeit das magische Bonbon von dem Händler in der Wüste zu kaufen, welches plus fünf Glück bringt. Das kostet allerdings ganze drei prismatische Scherben und lohnt sich meiner Meinung nach wegen plus ein mehr Glück nicht wirklich. Außer du hast sehr viele Scherben gefarmt und weißt nicht wohin damit. Folgepunkt mit Glück könntest du jetzt in die Schädelhöhle starten. Aber damit das auch was bringt, musst du so schnell wie möglich in die nächste Ebene kommen. Da du das maximale Glück hast, wirst du die Treppen natürlich auch schneller finden. Aber stopp, bevor du weiter gehst und anfängst Steine zu kloppen, noch schneller geht es, wenn du deine eigenen Treppen mitbringst. Je mehr, desto besser. Eine große Anzahl an Treppen bekommst du durch das Eintauschen von Jade am Sonntag beim Händler in der Wüste. Damit du viel Jade hast, kannst du viele Kristallarien herstellen und dort Jade reinlegen. So hast du immer wieder Jade Nachschub und musst es nicht selbst in der Mine farmen. Ein kleiner Einschub bevor es mit der Höhle weiter geht. Wenn du in der Höhle ohnmächtig werden solltest, weil du wieder mal nicht auf dein Leben aufgepasst hast, dann verlierst du kein Gold und keine Gegenstände. Der Grund dahinter ist das ganze Glück, was du gerade in Tuss hast. Wenn du nun genug Treppen hast, gehst du in die Höhle rein und fängst an diese einzusetzen und wartest, bis die Scherzräume auftauchen bzw. deine Treppen alle verbraucht sind. Und keine Angst, wenn du denkst, die Zeit läuft dir aus, bevor du alle Treppen verbraucht hast. An einem Tag kannst du locker mehr als 400 Treppen nutzen. Die Scherzräume kommen ungefähr alle 10 Ebenen. Wie schnell du nun deinen ersten Autostreichler bekommst, ist natürlich Zufall. Ich habe hier mal alles zusammengestellt, was ich in meinen Besuchen so bekommen habe. In diesem Durchgang waren es zum Beispiel insgesamt 407 Ebenen gewesen und davon waren 45 Schatzräume. Aus den Schatztruhen habe ich folgendes rausgezogen. Eine prismatische Scherbe, ein Energietonikum, ein Teleporttotum, einmal Megabomben, einmal Kirschbomben, ein Iridiumbarren, einen Iridiumsprinkler, einen Bergsteigerleckerbessen, yummy! 2x das Regentotum, ganze 5x einen weißen Turban, 2x eine Omnigo oder 5x einen Hut. Zusammen mit den 5 Turban waren es ganze 10 Kopfbedeckungen. Ich glaube das Spiel wollte einfach, dass ich endlich meine Kopfbedeckung wechsle. Ansonsten habe ich noch 4 Schleimeier, 4 normale Bomben, 2 Kristallarien, 8x Saatgut und 3 automatische Greifer gefunden. Und zu guter Letzt 2 Autostreichler, also genau das, weswegen ich in der Schädelhöhle war. Wenn ich nun alle meine Besuche zusammenzähle oder fast alle, es kann sein, dass mir ein paar davon entwischt sind. Das waren wirklich viele Videos, wo ich in der Schädelhöhle war. Dann habe ich ungefähr 1765 Ebenen geschafft und dabei ungefähr 163 Drohnen gefunden und dafür 1620 Treppen aufgebraucht. Hier blende ich mal kurz ein, was ich in den Schatzdrohnen so alles gefunden habe. Für mich waren eh die Autostreichler das Wichtigste, aber ich konnte auch andere Gegenstände verwenden. Zum Beispiel die Kristallarien und die Iridium Sprinkler. Die Kristallarien habe ich benutzt, um noch mehr Jahre zu produzieren und die Sprinkler, um meinen Umbau auf der Insel voranzutreiben. Nun hast du alles Nötige, um selbst auf die Suche zu gehen und deine Autostreichler zu finden und freust dich danach, dass du die Tiere nie wieder streicheln musst. Ich hoffe du wirst deine Autostreichler etwas schneller finden als ich meine. Danke fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß mit Stardew Valley.